Musik 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 Aufgrund der immer wiederkehrenden Zensur auf YouTube, werden alle Beiträge jetzt nur noch vollständig auf dem SchwertBischofTV-Kanal publiziert. Musik Die neuen Beiträge vom 30. Dezember 2020 sind, Schwert gegen Satan. Wie blind hat Satan die Menschen gemacht? Die unfassbare Liebe Gottes empfinde ich für euch. Und nur auf SchwertBischofTV, Corona ist der Wolf, vor dem sich die Hirten fürchten. Unzählige Ehescheidungen, wer trägt's die Schuld? Musik Heute triumphiert's die Hölle. In der Welt herrscht Angst. Die Hirten schließen die Türen und lassen die Gläubigen im Stich. Ihr werdet belogen, belogen, belogen. Viele müssen ohne Beistand des Priesters sterben. Der geistige Chip wird euch über die Medien verabreicht. Der größte Teil der Menschen lässt sich als Spielball von Satan benutzen. Bus-Andachten sind kein Ersatz für die Ohrenreichte. Wie könnt ihr Hilfe von Gott erwarten, wenn ihr seine Gebote nicht beachtet? Und vieles mehr auf dem TV-Kanal des SchwertBischofs. Abonnieren Sie den SchwertBischofTV-Kanal jetzt. Den Direktlink www.schwertbischof.tv finden Sie unten in der Beschreibung.